Servus Freunde, ihr habt gerade schon den Blow-Off gesehen. Heute geht es um die X-Hooker Division 2 Nano, also das kleine Modell. Die Division 2 ist das größere Modell. Heute soll es ums kleine gehen. Ich hatte auch schon den Vorgänger, die ganz normale Nano. Und ja, was da so die Unterschiede sind und ob sich die neue Pfeife mehr lohnt, das werdet ihr alles heute in dem Video erfahren. Zuallererst, was hat sich geändert? Ich habe vor dem Video noch kurz mit dem Hersteller telefoniert und da hat er mir ein paar Sachen gesagt, was sich verändert hat. Bei der ersten Edition, da konnte ich ein bisschen die Herstellung bemängeln. Da waren einige Kratzer an der Oberfläche. Es hat sich jetzt definitiv verbessert. An der Oberfläche, seht ihr jetzt auch noch mal in den Cinematikaufnahmen, kann ich nichts bemängeln. Die ist echt top verarbeitet. Außerdem ist das Tauchrohr etwas dicker geworden, was ich sehr angenehm finde, auch für den Durchzug. Und sehr, sehr wichtig, davor war immer ein Alu-Mundstück dabei. Jetzt ist es ein Edelstahl-Mundstück. Ich habe jetzt extra die Pfeife, so wie sie kommt, für euch aufgebaut, also wirklich so in diesem Set. Alles, was hier liegt, außer die zwei Sachen, sind dann wirklich Zubehör, was man auch dazu kaufen kann. Dazu dann aber später. Jetzt wurde nicht nur das Tauchrohr überarbeitet, sondern auch der Diffuser. Der ist abnehmbar und dazu gibt es eigentlich nicht arg viel zu sagen. Des Weiteren hat die Bowl jetzt eine neue Form. Da habe ich euch auch noch mal die alte Bowl im Vergleich. Rechts die neue, links die alte. Ihr könnt einfach sehen, das Volumen ist etwas größer geworden. Es ist etwas angenehmer zum Einfüllen. Das Bowl-Volumen an sich ist immer noch relativ gering. Das heißt, der Anzug ist immer noch top. Haben wir ein Closed Chamber? Ja, das haben wir. Und ihr seht wirklich ein kleiner Puster und die Bowl ist komplett leer. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ihr seht es schon vor mir. Ich habe hier verschiedene Sleeves. Ich habe ein Sleeve, da kommt dann quasi der Blow-Off so aus dem Sleeve heraus, aus diesen kleinen Löchern. Seht ihr auch jetzt nochmal in der Cinematic. Und außerdem gibt es auch noch ein rotes Sleeve. Ich denke, da kommen auch noch weitere Colorways. Ich habe jetzt Edelstahl drauf gepackt, weil das war mit dabei. Aber ihr habt da auch noch zwei andere zur Auswahl, was ich persönlich sehr cool finde. Man hat jetzt hier zwei Adaptionsmöglichkeiten zu den Sleeves. Die erste Adaptionsmöglichkeit habe ich jetzt gerade eingebaut. Man kann pusten und der Blow-Off geht von oben nach unten. Jetzt können wir natürlich auch noch das Sleeve rauslassen und diesen Adaption hier einbauen. Dann haben wir ein ganz klassisches Blow-Off von unten nach oben. Beziehungsweise klassisch, mehr oder weniger. Und dann hat man natürlich noch den alten Blow-Off von der Division Nano. Und zwar einfach hier aus dem Teller. Da hat man dann zwei Teller mitgeliefert. Ähnlich wie bei der Mose Breeze 2. Und hat dann hier so ein kleines Zwischenteil. Das legt man dann zwischen die zwei Teller rein. Dann kann da die Luft entweichen und der Blow-Off fällt wie so ein Wasserfall hier entlang. Der Durchzug der Pfeife ist sehr angenehm. Ich würde schon fast sagen, wie atmen. Also es ist wirklich sehr, sehr leicht. Anzug ist auch, wie schon gerade gesagt, direkt da. Das ist echt brutal. Du nimmst einen kleinen Atemzug und hast direkt deine Lunge voll mit dem Flavor, den du dir gebaut hast. Was kostet jetzt diese schöne Pfeife? Die Pfeife kostet 149 Euro. Ist komplett aus V2A Edelstahl. Und dafür finde ich den Preis gerechtfertigt. Kommt im Komplettset mit Schlauch. Hier eine Feder ist auch noch mit dabei. Die habe ich jetzt aber nicht aufgebaut. Haben alles eigentlich mit dabei. Ihr könnt noch mit dem Code S4E10 10% drauf sparen. Gilt nicht nur auf dieses Modell, sondern auf alle XHK-Modelle. Finde ich auch eine nice Möglichkeit, falls ihr es euch schon holen wollt, da noch etwas zu sparen. Wenn euch jetzt aber dieses Mundstück, also ihr seht schon, ich greife hier eigentlich immer eher schon fast so beim Schlauch, weil das Mundstück, muss man jetzt ehrlich sagen, schön, dass eins dabei ist. Ist aber nichts Besonderes. Es ist so lang, ja ich würde sagen so 22 Zentimeter um den Dreh. Da gibt es jetzt aber noch eine Alternative im Shop. Für 14,90 Euro gibt es zum Einerseits dieses Epoxid-Glas-Mundstück. Ich muss euch aber ehrlich sagen, da ist mir auch schon eins kaputt gegangen. Also da bitte drauf aufpassen, falls ihr euch so eins holt. Und noch ein Carbon-Mundstück. Das kostet gleich viel. Da finde ich das Carbon-Mundstück richtig, richtig nice. Da blende ich euch jetzt gleich nochmal eine Nahaufnahme ein, weil das habe ich jetzt gerade hier nicht rumliegen. Aber dieses Rot, ich sage es euch ehrlich, das ist so geil getroffen. Macht richtig Spaß mit dem zu rauchen. Auch von der Länge ist ja sehr, sehr angenehm. Jetzt stellt sich natürlich noch die Frage, wie sieht es mit dem Schliff aus? Hat die Pfeife einen Schliff? Nein. Sie hat keinen Schliff am Teller. Sie hat keinen Schliff hier unten. Aber sie hat einen Schliff am Anschluss. Man hat sich jetzt ein bisschen verkantet, aber so sieht der Ganze aus. Ziemlich klein. Ist mir aber noch nicht rausgefallen, wie es bei anderen Pfeifen der Fall ist. Also steckt sehr gut drin, weil es auch eine leichte Neigung hat, was ich sehr angenehm finde. Was aber negativ ist, ist leider, dass es hier sich um keinen 18-8er Schliff oder einen 14er Schliff handelt, sondern um einen eigenen. Das heißt, falls euch der Schliff verloren geht, müsst ihr den direkt bei XHK nachbestellen. Ist leider nicht so schön gelöst, aber es funktioniert ja so, wie es mitgeliefert wird. Dann müsst ihr halt aufpassen, dass euch der nicht abhanden kommt. Jetzt habe ich euch erstmal alles gesagt, was Verbesserungen waren zur Nano, zur Nano 2.0 bzw. zur Division 2.0 Nano. Der Name ist auch wieder echt verhext. Aber lohnt sich jetzt die Pfeife? Was kann ich dazu sagen? Ihr bekommt hier für 149 Euro bzw. für ein bisschen weniger mit S4-E10 eine Edelstahlpfeife, die recht klein ist, sehr kompakt, was ich persönlich bevorzuge. Der Durchzug ist sehr angenehm und leicht. Das mag ich auch. Außerdem hat man hier Adaptionsmöglichkeiten mit verschiedenen Sleeves, die man eben zum Umbau verwenden kann. Das Umbau-System ist ein bisschen anders wie bei der Most Priest 2. Da hat man hier ein, zwei, ja ich will jetzt nicht sagen Verbesserungen, aber einfach mal ein anderes System gewählt, was man vor allem beim Blow-Off merkt. Beim Blow-Off, wenn wir uns jetzt die nochmal genauer anschauen, den Blow-Off nach unten, der kommt sehr gleichmäßig. Und diese Gleichmäßigkeit, die resultiert eben daraus, dass wir so einen kleinen Adapter haben und den Adapter stecken wir drauf und der Adapter beinhaltet keine Löcher. Das heißt, wir haben wirklich einen Luftstrom, der nach unten geleitet wird. Und das finde ich auch sehr, sehr geil bei der Pfeife. Alles in allem, was ist jetzt mein Fazit? Wirklich eine sehr solide Pfeife für den Preis. Komplett Edelstahl. Ich habe keine Verarbeitungsmenge feststellen können. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier natürlich verschiedene Bolts runter zu stecken, falls euch die nicht gefallen. Ihr macht mit der Pfeife eigentlich nichts falsch. Die kommt im Komplett Set. Ist wirklich ein starker Preis für die Leistung. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da oder folgt rein in den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. In dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und einen guten Rauch.